In einer Wikiminute passiert viel, wie in diesen 60 Sekunden über Wikimedia-Projekte. In nur einer Minute erklären wir, wie Sie Teil der freien Wissensbewegung von Wikimedia werden. Wussten Sie, dass 14 Open-Source-Projekte, darunter auch Wikipedia, von der Wikimedia-Bewegung einer weltweiten Gemeinschaft ermöglicht werden? Diese Bewegung teilt die Vision einer Welt, in der alle Menschen kostenlos am gesamten Wissen der Menschheit teilhaben können. Und dafür braucht es Menschen aus der ganzen Welt. Menschen wie Sie. Denn diese Projekte sind nur dann erfolgreich, wenn Sie die ganze Welt in all Ihrer Vielfalt repräsentieren. Sie können das beisteuern, was Sie kennen und lieben. Es gibt mehr zu tun als das Bearbeiten von Artikeln oder das Hochladen von Bildern. Als Programmiererin können Sie zum Beispiel beim Schreiben und Debuggen von Code helfen. Sie können sich auch an Ihrer regionalen Wikigemeinschaft oder an einer Wikimedia-Gruppe beteiligen. Auf unserer Website erfahren Sie mehr dazu. So können Sie Teil der Wikimedia-Bewegung werden. In einer Minute erklärt.